Jetzt möchte ich noch ein letztes Kasten öffnen und das geht natürlich alleine ein bisschen Das ist schwierig, aber das versuche ich mal. Einmal die Seite öffnen und jetzt die Seite öffnen. Wunderbar. Das Problem ist, wohin mit dem Bügel wieder? Und hier gehört dann die Abtrennung rein. Die ist wieder mit 8 mm Dübel versetzt. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich auch da dran komme mit meinen kurzen Armen. Ja, bis es halt so ist mit 12 Dübel gleichzeitig einzusetzen, habe ich keine Probleme, aber die 4 einzelnen ist noch nicht drin. Was nun? Was nun? Einfach, ich steige in die Küste rein und versuche von da. Und direkt versuche ich, ich muss das von unten abstützen, dann kann ich das auch sicherlich reinjagen. So, jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Ja. So, jetzt ist gut das. Und jetzt wird, wie soll ich Sie, wie ich habe. Dann wir kaufen das? Wums sind, wenn ich kr propositions dried. Wir haben jetzt zu Frieden ge...